Hallo, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Totti. Ja, es geht um eine neue Folge Amerikan Truck Simulator. Seit der letzten Folge habe ich noch ein paar Touren getan. Und ja, unterwegs bin ich am Texas Chrome Shop vorbeigekommen. Und da sah ich einen kleinen Truck, der mir noch gefiel. Ja, ich habe ihn mir gekauft. Und zwar ein Kenwood W900. Also W900. Jo, dazu noch gleich noch einen passenden Kühlerflieger. In Chrom. So sieht der von innen aus. Dort ist eine kleine Rückfahrkamera verbaut. Mit Flat Screen im Bett. Das ist die Kabine. Einmal Außenansicht. Ich stehe gerade in der Ladestelle. Wir müssen Milchpulver von Colorado Springs nach Denver fahren. Das ist zwar nicht ganz so meine Farbe, aber ich finde sie hat was. So, dann wollen wir mal unseren Auftrag erledigen. Nach links raus geht's. 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 Oh, die Armee sind sogar im Grenzverkehr. Wahnsinn. Oh nein. Turn right Turn right Oh nein, schönes Flugzeug Cool Peace Schöne Aussicht auf die Berge. Cool. Nach denen geht es nach rechts. Hier ist der RASB. So, die Schrecke nach dem Fall ist nicht ganz so weit, deswegen werden wir auch schnell wieder da sein, am Ziel. So, die Schrecke nach dem Fall ist nicht so weit, das ist nicht so weit, die Schrecke nach dem Fall ist nicht so weit, aber das ist einiges. Wir dürfen sogar 75 Meilen fahren. Das ist mal was anderes, wie in die 65 Meilen begrenzt auf dem Tieflager. Das ist so gut, aber es gibt jetzt noch einen Versuch, was die Verküren von Tieflager zu werden. Ich bin niemals auf dem Tieflager. Das ist so gut, dass ich den Tieflager anspricht. Es geht darum, dass ich das nicht so gut. Ich bin natürlich für die Erküren auf dem Tieflager. Ich bin natürlich für die Erküren. Wir müssen jetzt noch ein paar Schritte, die ich jetzt mit dem Tieflager für die Erküren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020